Liebe Studierende, willkommen zur elften Videoübung des Semesters zum Thema Pendel unter Einfluss der Schwerkraft. Die erste Abbildung zeigte ein Federmasse-Pendel mit Einfluss der Schwerkraft. Mit dem Bezugssystem der vertikalen x-Achse können wir sofort die Bewegungsgleichung der resultierenden Schwingung schreiben, nämlich Masse mal zweite Ableitung nach der Zeit der gesuchte Variable x als Ortskoordinate für die Masse m längs dieser vertikalen Achse. Das heißt, x beschreibt sozusagen die Auslenkung aus der Ruhelage der Masse selber. plus Federkonstante d mal diese gesuchte Funktion x minus Masse mal Gravitationskonstante alles gleich 0. Tatsächlich, der erste Term ist die Trägeizkraft, der zweite ist die Federkraft, das heißt die rückstellende Kraft nach dem Uckschen-Gesetz und der letzte Term ist die Schwerkraft. Achtung, die positive Achse zeigt nach unten, daher die Vorzeichenkonvention für beide wirkende Kräfte. Diese Differenzialgleichung kann vereinfacht werden zu zweiter Ableitung nach der Zeit der Funktion x plus Federkonstante gedeiht durch Masse mal x alles gleich g. Das heißt, wir haben die erste Gleichung durch die Masse dividiert. Diese ist eine sogenannte inhomogene Differenzialgleichung, die in der nächsten Frage zu lösen ist. Die allgemeine Lösung der inhomogenen Differenzialgleichung ist gegeben durch die Summe einer homogenen Lösung und einer inhomogenen Lösung. Die homogene Differenzialgleichung, das heißt diese Differenzialgleichung ohne die Wirkung der Schwerkraft, in anderen Worten, die homogene Differenzialgleichung wäre zweiter Ableitung nach der Zeit der gesuchten Funktion gleich minus Federkonstante durch das Federkonstante durch das Federkonstante durch Masse mal die gesuchte Funktion selber. Diese ist eine typische Differenzialgleichung einer harmonischen Schwingung, die mit dem Ansatz x von t gleich Amplitude A mal Sinus von Eigenfrequenz mal Zeit plus eine Phase phi gelöst werden kann. Durch Einsetzen des Ansatzes in der homogenen Differenzialgleichung erhalten wir die Eigenfrequenz der Schwingung, nämlich W0 ist gleich der Wurzel des Verhältnisses zwischen Federkonstante und Masse. Wie wir übrigens in der Vorlesung gesehen haben, die Lösung der speziellen inhomogenen Differenzialgleichung mit konstanten Störthermen, bei uns wäre hier g, kann man mit einer Konstante als Ansatz finden. Wir nennen diese Konstante als Lösung für die inhomogene Differenzialgleichung k. Setzen wir diesen Term in die Differenzialgleichung selber ein, so erhalten wir für diese Konstante k Masse mal Gravitationskonstante m mal g geteilt durch Federkonstante desselben. Das heißt, die allgemeine Lösung der ursprünglichen Differenzialgleichung ist somit diese Funktion x von t ist gleich Amplitude mal Sinus Eigenfrequenz mal Zeit plus die Phase plus eben diese zusätzliche Konstante m mal g geteilt durch Federkonstante d. Frage c. Die zweite Abbildung zeigt ein gekoppeltes Pendel mit Einfluss der Schwerkraft. Auf die Masse m wirken zwei Feder mit bekannten Federkonstanten und die Gravitation. Auf Masse m2 wirken nur eine Feder und die Gravitation, sodass ein System von Bewegungsgleichungen entsteht. Wir definieren als Bezugssystem diese zwei x-Achse, längst diese vertikale Achse mit dieser Orientierung nach unten. x1 beschreibt die Auslenkung der Masse m1 aus der Ruhelage und x2 beschreibt die Auslenkung der Masse 2 aus der Ruhelage. x1 und x1 und x2 sind die gesuchte Funktionen, sozusagen. Diese beschreiben die Bewegung von beiden Massen. Das heißt, die resultierende Differentialgleichung für die Masse 1 ist m1 mal zweite Ableitung nach der Zeit, diese Koordinate x1. und dies ist gleich minus f1 mal x1 plus f2 mal x2 minus x1 plus m1 mal g. Und in eine ähnliche Art und Weise können wir jetzt die Differentialgleichung für die Masse 2 schreiben. M2 mal zweite Ableitung nach der Zeit der Koordinate x2, das ist gleich minus f2 mal x2 minus x1 plus m2 mal g. Auch hier ist die gleiche Konvention der x-Achse Richtung und somit des Kräftevorzeichens wie in Teilaufgabe A zu beachten. Man möchte jetzt die Gleichgewichtslage bestimmen. In der Gleichgewichtslage soll die resultierende Kraft, das heißt die Trägheitskraft, gleich Null sein. Und sind auch die beiden Beschleunigungen bei dieser Gleichgewichtslage gleich Null. Das heißt, wir können jetzt beide Gleichungen gleich Null setzen und dann können wir diese zwei Gleichungen erstens addieren und lösen wir die resultierende Gleichung nach x1 auf und bekommen wir x1 ist gleich Masse 1 plus Masse 2 gedeiht durch f1 alles multipliziert mal g. Setzen wir jetzt x1 in dieser Gleichung ein und lösen wir nach x1 ein und lösen wir nach x2, dann bekommen wir auch die Gleichgewichtslage für diese zweite Masse, nämlich m1 plus m2 alles geteilt durch f1 plus m2 geteilt durch f2 und alles multipliziert mit g als Gravitationskonstant. Wir haben somit eine harmonische Schwingung gekoppelt zu einer äußeren Anregung via Schwerkraft behandelt. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.